so ich versuche es na ja und willkommen zurück ja das sieht gut aus das reicht locker ok und auf geht's mich vorsichtig am port das egal wie weit muss ich denn da fliegen oder du bleib mal schön stehen dann wissen wir wo ich gehen muss ok das sieht gut aus ja ich sehe auch schon gebleichte knochen wo jetzt kommen wir von hier wahrscheinlich weg ja porten halt gleich der knochen aber hier haben wir jetzt ja alles glaube ich auf der seite rechte seite und unten also mir fehlt jetzt noch ein eine wegmarke ein herz 33 panoramen und fünf sehenswürdigkeiten das kann ich gerade nicht sehen wegen den aufnahme wieder fünf aber es könnten auch sieben sein ich bin mit dem tempel dann können wir da links das panorama schnell mitnehmen ich muss mal etwas reparieren und ein bisschen schrott verkaufen reparieren ist wirklich gute idee ich fliege schon mal zum vista gleich um die ecke nach irgendwie nach dem port kommen seltsam so aber wieder verwertungs kids brauche ich wie bist du denn zum vista hingekommen die sind dahin einfach rüber geflogen und dann den rest mit einem pad einfach rüber geflogen sagt er auch mit dem raptor jetzt nicht so weite sprünge machen kurze sprünge nur am besten steigt jetzt ab ja ich muss erst ein bisschen kreuz verkaufen wo wieder angekommen das egal bleibt einfach da Du streamst nicht, Herr Sascha? Wie bitte? Du streamst nicht. Doch. Doch? Ja. Muschtig dich nicht. Versteckt. Oder was für ein Titel? Geht ihr was? Geht was oder geht was wo? Geht ihr was wo? Wie viele Zuschauer hast du? Ach da, jetzt habe ich dich. Alles klar. Weiß ich gar nicht. Ich glaube zwei. Ein, zwei. Zwei werden angezeigt. Jetzt drei. So, jetzt wieder zurück zum Kumirjahr, ne? Genau, und dann gehen wir hoch. Und dann kann man hochgehen und danach kann man dann rechts runterlaufen, sozusagen. Da hat man die Map komplett. Na, warte mal kurz. Wollten wir dann nicht erst die Story oben, das Ding, weil, äh, da sagt man oben die Story da weitergemacht. Da bleibt man ja auf dieser Map noch. Ja, das, das holen wir dann danach, würde ich sagen. Wenn wir da oben sowieso nur kurz vorbeischauen. Und ich glaube, hier ist der letzte Punkt, ne? Unten rechts. Was denn? Was ist unten rechts? Ja, genau, da habe ich noch eine Menge. Ja, ja, da ist was. Hier ist noch ein Herz, genau. Aber hier oben, wo ich gezeigt habe, hier, da ist der letzte Beherrschungspunkt, äh, hellende Herausforderung. Mhm. Ah, okay. Und hier, hier ist noch was drin, das kriegen wir aber noch nicht, da braucht man den, äh, Schakal für. Also hier so ein Beherrschungspunkt, ne? Genau, aber der ist ja nicht für die Maperkennung wichtig. Genau. Gut, je nachdem, wenn ihr Hasen habt, können wir vielleicht das hier noch. Ach so, mit dem Hasen habe ich, äh, mir heute den hier geholt. Mhm. Den hier, unten links in der Ecke. Wir kriegen alles andere außer diesen Beherrschungspunkt. Ja. Alles andere ist kein Problem. Gut. Und jetzt? Ähm, wo? Ja, ähm, oder? Ja, ich bin da. Okay. Dann gehen wir mal Story. Aha. Er ist da. Er ist da. Äh, falsche Pet. Ich krieg hier mit dem Hasen rum, zöge. Oh, Sandhaufen. Schnell ausbuddeln. Das ist immer gut. Der liegt auch immer. Mhm. Und Schlüssel, immerhin. Äh, Handelsverträge. Schlüssel. Okay. Dann schreitet durch das Portal. Die Opa, ey. Was ist denn? Das Opfer. So ähnlich. Du Opfer. Hier gibt's Erfolge. Müssen wir gleich mal gucken. Dann hätten wir eigentlich die Map ja beenden. Erst mal zu Ende machen können, bevor wir die Story weitermachen. Jetzt sind wir auf der neuen Map oder nicht? Nee, sind wir nicht wirklich. Ähm, ich guck mal kurz, welche Erfolge das hier gibt. Wir sind zwar auf der neuen Map, aber wir haben keine Wegmarke freigeschalten, nisch. Also, von der Warte, du kommst nicht raus. Okay, das ist eine Story. Das ist eine Story-Instanz. So, das Opfer. Und abschließend. Bezwingt innerhalb von drei Minuten nach Verlassen des Außenposten die drei Elite-Patrouillen. Da also Gas geben. Ja. Bezwingt die Heroldin des Balthasars ohne Schaden durch ihre Flammenwand zu erleiden. Mhm. Darauf verspreche ich nicht. Zerstört die geschmiedeten Katapulte, die Wahrsagerfels angreifen. Also Instanz nicht gleich verlassen, sondern... Sammelt alle verstreuten Erinnerungs-Kristalle des Blast. Okay, alles klar. Hier gibt's einige Erfolge zu machen. Also einer ist time-gated und weg von Feuer. So. Oh. Blast war hier und kämpfte direkt jenseits der Mauern gegen die Gebranntmarkten, als die geschmiedeten Angriffen. Wir hörten, wie einer der Geschmiedeten sagte, Balthasar selbst sei unterwegs, um den Drachen gefangen zu nehmen. Ihr dort drüben, folgt mir! Ich versprach euch die Hilfe des Ordens der Schatten, um Balthasars Heroldin zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass ihr auch mit dem Gott selbst zufrieden seid. Wir brauchen eure Hilfe, um an Vlas heranzukommen. Er könnte der Schlüssel sein, den wir benötigen, um Balthasar aufzuhalten. Es tut mir leid, aber niemand hier in diesem Außenposten ist so ausgerüstet, dass er eine Chance gegen einen Kriegsgott hätte. Hier entlang! Los, weiter! Ich muss diese Leute hier aus der Gefahrenzone bringen. Zurück zum Tempel der Kormier. Kommt schon! Wir müssen zusammenbleiben! Wollen die nicht mal um ihr eigenes Zuhause kämpfen? Diese Leute sind keine Krieger. Für euch macht es alles ein. Aber für sie bedeutet ein Gott den sicheren Tod. Sie ziehen es vor, die Beine in die Hand zu nehmen und zu überleben. Das verstehen wir. Bringt sie zum Tempel. Ich brachte es nicht über mich, ihm zu sagen, dass ganz Tyria untergehen würde, falls wir heute stürmen. Dann tun wir mal unser Bestes, um heute nicht zu sterben. Wo kommt denn das Rückenteil her? Der Plan des Sohnes gefällt mir. In der letzten Story-Stance war das. Meine ich. Habe ich auch bekommen. Ich komme mit euch. Ich will antworten. Ich wollte. So, jetzt. Belast den Außenposten. So, dann gehen wir mal hier oben rüber. Okay. Katapulte sehe ich. Dann scheint jemand wird lockst. Ja. Au. Keine Ahnung, welchen Weg Blast genommen hat. Brenne und Trümmer finden sich in allen Richtungen. So, die Elite-Tropen der Geschmiedeten. Alles, einfach alles. Ja. Wirklich schnell. Nehme Mühe. Hier ist eine Feuerwand, Achtung, Feuerwand. So, das sind Sand-Aale. Uninteressant. Mir war schon immer klar. Da hinten ist wieder so'n Ding. Zwischen Mensch und Gott. Katastrophal enden. Solche Worte von jemandem, der ein Glas zu seinen Ahnen zählt? Und die Charme müssen immer kommen und hinter allen anderen. Okay, hier ist so eine Elite. Ja. Das reicht. Warum streiten wir uns darüber, wessen Schuld es ist, wenn wir die Sache jetzt verenden können, um dann darüber zu streiten, auf wessen Konto es geht. Ich gern euch weg. Oh, falsche Richtung, Mensch. Scheiß, Kellen. Willst du schon wieder in Frauenruhe rein, oder? Was? Willst du schon wieder in Frauenruhe rein? Nee. Aber wir sind außerhalb von dem Kreis, Mann. Ja, jetzt haben wir da mal rein. Da ist der nächste. Ja, jetzt haben wir da. Naja, für die drei Minuten hätte man wahrscheinlich einfach durchlaufen müssen. Lass mal weiter direkt durchlaufen zum nächsten Geschmiedeten suchen. Ja. Ist das ein Riss-Krumm? Ne, 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 ne. Ich bin tot am Morgen. Wo ist er denn? Noch seh ich nichts. Ja, irgendwann brechen die aber auch ab. Ja. Ja, hinten könnte einer sein, da ist so ein ganz dicker. Ah, nee. Elite geschmiedete Kanonade. Ja. Au. Woa, woa, woa. Der mag mich nicht. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 okay dafür waren wir zu langsam naja aber hier hinten ist eine kanone okay wo ist ja ich dachte ich wäre erledigt ich werde tun was ich kann begebt euch in sicherheit und sehen ob wir die sehenswürdigkeit kriegen jetzt den den anderen helfen die natürlich nicht ist ja instanz ja die erste sehenswürdigkeit hatten wir deswegen dachte ich das wäre möglich habt ihr die karte gefunden die vierte in der sind wir schon dran vorbei glaube ich optional er optional erfolgs punkte hier die sehenswürdigkeit kann man kriegen wo seid ihr denn jetzt wo ich bin gleich zurück 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 viel zu weit am rand das da bin ich und da ist keine kanone aber hier ist irgendwo noch eine kanone hier nicht wir sind nomaden die kann man retten ich verdanke euch mein leben die muss man nur heilen nicht begleiten irgendwie oder keine ahnung mal sehen wenn sie ankommen meine nur heilen wo etwas fehler irgendwo schießt da noch eine kanone oder nicht irgendwo muss da eine kanone sein ich habe sie gleich da kommt die kann man noch weiter hoch so wo seid ihr ach da auch kommt schon noch schaden begrenzt dann haben wir noch drei nomaden ja die liegen hier meist ziemlich weit vorne da lag einer mitten drinnen so ich habe einen gefunden meines den hatte ich schon hätte zwei eben gerade in der ecke und hatte ich wieder da und da vorne liegt der letzte so jetzt müssen wir lasst noch bald da suchen zu haben dann zähle ich mal morgen raus und sage nein aber keine sorge ich zeige euch wie es geht so wo geht's jetzt denn? keine Ahnung suchen steht da ah sucht die salzebene nach Balthasar und Klaas ja ok bestimmt da oben, wa? ja ja da oben ist ein Kreis ja wo? hier 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 startest dann kommst du hoch da wo ich jetzt gerade bin da bin ich mal stehen das sieht sehr nach Sprungpunkt aus oh frische Klauenspuren ich glaube dieses Plateau hoch wenn Blas da oben ist wird Balthasar auch nicht weit sein ich hoffe wir kommen noch rechtzeitig ok Erol denn das Balthasar gefunden ja ja Blas greift an oh 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 niemals 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 die Feuerdinger ja aufpassen auf die Feuerdinger du kannst von hinten jetzt die Breakbar äh mal versuchen zu knacken aber nicht von vorne muss sehen dass er hinterher bleibt jo die ist bewusstlos also betäubt wo 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 was ist das denn jetzt oh 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 auch ich versuchte zu widerstehen und scheiterte wenn man sich ertiebt macht diese Schmerz erträglicher vielleicht bin ich stärker als ihr damit ist der Erfolg wohl weg mhm war aber auch eine sehr gemeine Fähigkeit Achtung, sie macht wieder sowas Ja Aber ausweichen mit Ausweichrolle Hätte man das machen können, aber das wussten wir im Vorhinein Ah Mist Der Mensch war da drauf, vielleicht geht der noch runter Ah jetzt, zwei Mit auf Wir sollen ihn töten, habe ich das richtig gehört? Ja, schade Ja, am Ende Schade, schade Kann man sich vielleicht hier oben hinstellen, vielleicht hat man sich hier hinstellen müssen Da oben, keine Ahnung So, jetzt müssen wir da hoch, ne? Deinen Heldenpunkt könnt ihr ja nicht machen Nö Ein Blick ist es immer wert Ja, aber ich habe die Lebenswürdigkeiten bekommen Oder die so oder so wahrscheinlich nochmal kriegen Die, da hast du eh noch ein paar Mal dran, drauf vorbei So, da haben wir Walter Saar Beendet es jetzt und hier Dieser Krieg wird alles außer den Albtrachen vernichtigt Bitte nicht Bitte nicht, ich will mehr ättern Ich will nicht zulassen, dass noch mehr Gräueltaten geschehen Wenn ihr euch nicht auf einen Dialog einlasst, müssen wir euch als Feind verhandeln Ah, nicht schnacken Einhauen Nicht schnacken, schnacken, Kopf in den Boden Und ich bin eure Machenschaften leid So sei es Eure Heroldin ist tot Ich habe sie getötet Ihr hättet sie ersetzen können Habt mein Angebot jedoch abgelehnt Die Zeit der Diskussionen ist vorbei, Tyrionerin Jetzt bleibt nur der Tod Char Euch, mein Freund, werde ich verschwinden Ich habe den Drachen im Lugo Doch weiter reicht meine Gnade nicht Rüttlok? Warum will der Rüttlok schon? Oh Die Flüttlok werden euren Leichnam sperrt Oh, oh, oh Äh, was sollte man da gegen denn machen? Keine Ahnung Gehen Keine Ahnung In Nahkampf vielleicht Ne, ich bin auch tot Okay, ich stehe aber auch wieder Moment Du stehst wieder von alleine? Ich war nicht ganz tot Und Balthasar ist weg Genauso wie der Drache Ich glaube, das gehörte dazu Oder wir haben hier einen Breaking Bug Rätst du irgendwen? Ja, ne? Ja, bei mir bist du ja wieder losgerannt Ja Ja, ich dachte gerade, ich hätte Kanach vor mir Und da dachte ich mir, nee, Pflanzen kann sterben Aber jetzt hat sich auch dich Ich werde die Kanach Was denn hier? Wenn so kann man nicht Hab ich schon probiert Muss irgendwas passieren gleich Ja, Rüttlok liegt da Kannst du den anschnacken? Drück mal einfach so Da war gerade nichts angezeigt Irgendwann öfter? Nee Kann ich nicht anschnacken Ähm Bug Keine Ahnung Also wir können ja aus dem Gebiet auch nicht mehr raus Also Ist auch recht überschaubar, was man hier darf Ihr verlasst den Instanzbereich, kehrt um Oder ihr werdet aus der Instanz Ja Rauseschmissen worden Ja, ja, normal Hm Aber dann müssen wir es nochmal machen Ja Gut, dann verlassen wir mal die Instanz Und sehen uns in der nächsten Folge Ciao, ciao